Entschuldigung Lauschwester wird einfach nichts aufzureinen Kannst du sie nicht etwas aufheitern? Vielen Dank Schau dir da nicht, Lauschwester, das ist ebenbild von Edith Meine letzten Gegend von Edith, die Gauschwester nicht so wird Sie wird sich noch verletzen Oh, es wird langsam Zeit für ihr Fläschchen Lauschwester ist anscheinend schon wieder viel besser gelaunt Vielen Dank für deine Hilfe, ebenbild von Edith Hier ist eine Kleinigkeit für dich Laus awesome